Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach Samen anpflanzen könnt in Lego Fortnite bzw. eine Farm aufbauen könnt. Als allererstes müssen wir uns dafür erstmal eine Schaufel craften, das seht ihr hier. Und mit dieser Schaufel graben wir dann einfach im Sonnturm. Relativ einfach, dann kommt das Soil raus, also einfach im Prinzip Erde. Und aus dieser Erde können wir uns dann diesen Garbenplot machen. Ihr seht das, da brauchen wir einmal Fertilizer und Soil. Das sind die beiden Sachen, die ihr aus der Erde rausbekommt und dann können wir diesen Garbenplot craften. Den finden wir ganz normal hier beim ersten Unterlagerfeuer. Dort können wir das Ganze craften und wenn wir das fertig gemacht haben, setzen wir diesen Garbenplot einfach nur auf den Boden. Relativ einfach, falls es nicht direkt auf den Boden gehen sollte, machen wir darunter erstmal noch eine grundlegende Platte und dann machen wir das darauf. Nun können wir einmal draufdrücken und diesen Plot öffnen. Und dann wird da auf der rechten Seite einmal hier Storage angezeigt, beziehungsweise Lager. Und dort können wir nun einen Samen reinlegen, beziehungsweise mehrere, dann werden die dort gelagert. Und genau, dann wird die Pflanze dort automatisch im Prinzip angepflanzt und ihr könnt die dann in naher Zukunft ernten. Falls es euch weiterhelfen konnte, sehr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Das würde mich extrem freuen und dann bis zum nächsten Mal. Und dann bis zum nächsten Mal.